Kurz Information über die internationale gesellschaftliche Bewegung ALLATRA Momentan befindet sich das Koordinationszentrum der internationalen gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA in Kiew, Ukraine. Alle von IGB ALLATRA organisierten internationale Events, Konferenzen, Seminare, Tagungen, kulturelle Treffen, internationale soziale Projekte, runde Tische, die auf die Stärkung von allmenschlichen geistig-moralischen Werten weltweit gerichtet sind, popularisieren die Ukraine von der besten Seite durch ihre ehrenbaren Bürger, die auch Teilnehmer der IGB ALLATRA sind. Die internationale gesellschaftliche Bewegung ALLATRA positioniert sich außerhalb von Politik und Religion. Diese weltweite Bewegung ist für alle Menschen des guten Willens unabhängig von ihrem Wohnort, ihrer Nationalität, ihrem Sozialstatus, ihrer religiösen oder politischen Zugehörigkeit offen. Die Tätigkeit dieser freiwilligen weltweiten Bewegung ist auf die Wiedererrichtung der geistig-moralischen Grundlagen in der Weltgesellschaft, die Führung von allseitigen Weltsealogs in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, kulturellen, sozialen, geistig-moralischen Gerichten. Das ist eine einzigartige friedliche Bewegung, deren Teilnehmer in ihrer Freizeit erfolgreich ein absolut neues Format der Unterhaltung, der Vereinigung und der Zusammenarbeit der Menschen auf der Basis der Prinzipien der Güte und der Gerechtigkeit realisieren. Im Rahmen der internationalen gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA wird eine Vielzahl von sozialen und kulturellen Projekten durchgeführt. Diese werden von den Teilnehmern in der ganzen Welt initiiert und verwirklicht.